2 1 hallo und herzlich willkommen zurück zu prop hunt mit dem krean mit dem vincent mit dem energy mit der chrysukia mit dem pion und dem toastie den toni tschuldigung ich bin kein toastie ich bin ein toni lol wer hat die den schrank umgeworfen keine ahnung ich bin aus dem schrank gegangen alter der steht halt einfach mal aktiv im weg der energy macht heute diese scheiße nach leck mich doch benutzt doch einfach ausrufezeichen u ja klar mit drei leute um mich rumstehen mache ich das natürlich dann geht doch mal in die konsole und gibt ein feind ich bin doch tot chrysuki hat erst mal begangen cool bin gestorben nur noch vincent oh vincent hübsch du kannst doch dahinter nein da will ich nicht hin wartet mal nein ich will nicht hinter den schrank welche oder unter den tisch der küche kannst du auch grünter haben bei der aufnahme typisch was ist mit der aufnahme nix nix nein nein hat er es wieder falsch gemacht nein nein klassisch gut und mal es hat noch drei giger da ich habe es getötet ich habe noch eine minute jetzt am besten aller 30 sekunden soll ich bauten ist das pflicht jetzt ja das ist pflicht wie groß die map ist schädlich kann so das könnt ihr bei euch in der konsole eingeben dann könnt ihr euch über einfach anstacken die kunden macht die tür zu macht die tür zu ja am besten aller 30 sekunden bei jeder vollen minute und halb bei der halben ok das ist der sinnvolle alle drei sekunden mein gott auf geht's jetzt nicht hier niemals du bist wieder unter diese nein diesmal bin ich woanders hat er gerade geschrien das ist vincent vincent schreibt wie ein mädchen wie wer hat er gerade geschrien dann habe ich geschrien oh oh lord ich darf vorstellen der beste sound ever ok ich höre nichts also ist hier keiner ist das hier in den waschmaschinen entweder ist er in der essensausgabe in der kantine oder neben der kantine im waschmaschinen ne in den waschmaschinen kann er gar nicht sagen ich werde da geblieben er ist hier man kann hier unter den ding hat drunter Boah, das ist voll unfair, dass man dort drunter kann. Wie sie hier alle einfach rumgräbst sind. Ich snacke. Dann wird das Ausrufezeichen U im Chat. Wo seid ihr? Tschüss Vincent. Vincent, wenn du falsche Sachen anschließt bist, iststuchst du. Der ist eine Dose hier drinnen. Eine Dose in der Kartino. Warte mal. Wo ist die Dose? Ich musste die Tür zu machen. Kann aber inzwischen alles sein. Da, ich seh ihn. Da, der rät zwischen den Tüchen rum. Zwischen Kischen und Tülen. Oh! Hinten in der Ecke. Obacht! Achtung, Dose will durch. Nein! Jawohl! Yes! Hast du dich echt unter den Dingern versteckt? Nein. Da shit, ich bin stuck. War das der Ton, der auch gesagt hat? Ja, es geht auf jeden Fall. Ja, das darfst du nicht machen, weil da kannst du nicht hinschießen. Da hast du keine Chance, wenn da jemand ist. Aber Chris, du warst zwischendurch überhaupt nicht offensichtlich, muss ich sagen. Gar nicht. Oh nein! Alle bereit? You prepare your anus! Goddammit! Äh! Hilfe! Okay, cool! Gosh! Dangit! Ich muss mich mal kurz zu einem von meinen Jägerkollegen beamen. Ich teleportiere mich mal schnell zu Pion. So, hi Pion. Möch quoi! Hey! Hey! Ik làqu, Baby! Ich bin stuck! Och maaaannnn. Er hat sich selber erschrankt. Und dann war ich natürlich in der Tür und konnte nie mehr raus. Oh, Krian fehlt mir. Offizielles Wortpatent läuft. Ja, Schrank. Korn dran. Ah, Dose, Dose, Dose. Los, Krian, du schaffst das. Ist nur noch eine Minute. Denied. Vincent, minus ein Kill und drei Tode. Ah, schlecht. Ja, ich bin Stark. Ich bin Stark, ich will nicht Stark sein. Dann mach U. Hab ich gerade. Da läuft der Lappe. Nein. Wo? Da, Dose. Goddammit. Direkt One-Shot. Ähm, Pion. Das klappt so nicht, glaub ich. Ihr seid echt alle die Bombe, ey. Da, da. Da. Wieso lachen die so? Wegen den Taunts. Ich meine, hallo Rick S. Slave mit Airhorns. Hallo. Ja, er hat's erst 37.895 mal gehört. Deswegen muss er noch drüber lachen. Ja. Ach, komisch. Niemals! Scheiße, ich pass nicht durch die Tür. Wo seid ihr? Wo ist er? Tot. War ja ein Regal. Unter. Ja. So, jetzt fehlt nur noch. Gesupia. Noch zwei. Bitte einmal taunten, danke. Ja, nischt. Ich bin doch nicht getauntet. Pion, taunten. Gesupia aber auch. Da, okay. Letzte ist hier. Ist das wirklich der Stuhl? Der Stuhl. Bom, bom, bom. Ach ja. Was ist denn das hier? Hier kommt Alex. Wo ist das denn? Alter! Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr auch seid. Ey, ihr seid zu viert. Wir sind nur zu dritt. Das fällt ja aber früh auf. Ist ja erst seit einer Stunde so. Ja. Da läuft die Propalgasflasche. Wo ist die hin? Stuck, natürlich, Stuck. Das ist so zum Kotzen, wenn du jede zweite Sekunde Stuck bleibst. Oh mein Gott, er hat sich einer als NRJ verkleidet. Gibt das in der Konsole ein. Okay, ich erschieße. Ja, aber nicht wenn der Aufnahme ist, aber von vorher, wenn überhaupt. Aber wenn die überall Stuck und bleibt, ist das Kacke. Da. 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 also flasche ja auch was die ganze zeit schon alle drei sekunden vor etwa 30 leben wir müssen auf jeden fall dann später in mehr haben geht nicht wenn keiner da ist perfekte location hier bei mir der tor hier mit dem stück genommen oder einer ist hier ja na klar da war dein name ja man sieht den ab und zu mal wenn man aber muss man genau drauf sein deswegen habe ich auch gesagt da ist eine die dose fliegt die dose stopp die computer raum flasche ich finde ich meinst du meinst ich bin überhaupt noch eine flasche ja das meine ich vielleicht bist doch gar nicht mehr in diesem raum hier ja gute frage das ist wahrscheinlich gerade alle das ist ja noch das ist ja noch einer Wie? Noch einer? Ah, da war der Kripp genug, ja. Sebastian ist gar nicht. Findet die Dose! Ah, das ist unter... Wo? Computerraum. Ist zu. Warte mal. Ich hab's... Ah, let's stop! Nein, oh! Oh, jawoll. Oh, goddammit. Ich würde ja mal interessieren, warum in dem Büroraum so viel Bier rumsteht. Weil's normal ist? Vielleicht in einem Home Office, ja, aber doch nicht in einem richtigen Büro. Weil's normal ist? Dann will ich mal arbeiten, wo du arbeitest. Ja, was willst du? Vielen Dank, vielen Dank. Äh, ich bin übrigens Student, also... Nein, ehrlich, ich auch. Bei uns sieht's genau so aus. Lol, ein Bild, ein Bild. Ein Bild ist auf der Flucht. Haha. Hat's das angezeigt, als würde es liegen? Nein. Das war's aufrecht. Nein, das hat's stehen angezeigt. Ach, Mann. Winsen ist gut. Naja, nee, nicht richtig. Kiano. Thornton. Ich hab doch getornet gerade eben erst. Achso, ich hab's nie gehört. Die betornet, bevor alle sonst zu mir kommen sind. Die betornet, bevor alle sonst zu mir kommen sind. Nee, lass dich stehen geblieben. Nee, der war zu nah dran. Der war doch schön, um die Dinger umzukämpfen. Wattens curiosität nicht. Jäxin die Falle aber auch nicht. Da warst du mal! Fingel, epa-pall! Es gab's noch nicht nur die cajesen, Ich weiß nicht nur die Dinger, Was hast du für k Cannot? Du bist zu kipel, oder? Du bist hier, Du bist hier, du bist. Du bist hier! Du bist doch ein Regal, oder? Haha! Das ist Baby! Oh, da ist schon jemand drunter. Ja, der Schrank! Hier! 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 Der Schrank vielleicht am Taunten und trink mal was. Oh! Ja! Oh nein! Das ist ja geil! Oh, der ist hinter dem Ding hier! Hinter welchem? Jetzt nicht mehr! Im Computer... Fuck! Du bist so stuck? Ja! Benutzerausrufezeichen! Oh! Wo ist denn der Computerraum? Ja, ja, ja! Da, wo du dich versteckt hast! Hier, hier, in der... No! Ich wollte gerade raus! Wo ist bitte der Computerraum? Da, wo du dich vorhin als letztes drin versteckt hattest! Das Büro! Ach, das Büro! So, für heute bin ich raus! Da sind ja nur 1000 Computer, das kann man nicht als Computerraum fassen! 1000! Tschö, Gesuck hier! So, nach der Runde können wir eigentlich auch Feierabend machen! So! Ja, wenn du 18 Minuten folgen willst, klar! Ja, ich würde sagen, 20 reicht, oder? Ja, gut! Dann machen wir die Runde noch und dann... Okay! User disconnected from your channel! Nein! Nein! Lass mich leben! Lauflampe! Das ist eine schlechte Idee, sich hinter der feindlichen Linie zu verstecken! Kann aber funktionieren! Wow! Welcher Wichser hat da gerade auf mich geschossen? Ich doch nicht! Hier ist ne Dose Hab sie erwischt Ja Ja, hat ein gutes Versteck Wo bist du? Sollen wir nicht, du bist einer von den Stühlen Ah ok Tja, welcher von ihnen bin ich? Das ist die Frage Der hier, da bin ich hingeguckt Der hier Ah, oh das dauert lang Oh je, na komm Wie die alles hamponieren? Ja, naja es ist scheiße wenn man versucht, wenn man nicht den richtigen Stuhl findet Nein nicht den, haha Ja Alles von oben war da Und, und, und Geh mal in die Vogelperspektive, das sieht voll lustig was du dir das alles ramponieren Ja, ja mach ich ja Weg bin ich Keiner drauf geachtet, so gut Sucht mich Keiner rast, so gut Oh der eine ist schon hinter mir her Nein, der ist nicht mehr, jetzt stopp Ja, ja Ja, ja Melone Nein Ich musste weg, der hat von links zu hinten reingeschossen, ne Melone im Schrank War aber lustig Dann bis zum nächsten Mal, tschau Tschau so Leute, tschau Tschau Tschau